Schöner Spielaufbau jetzt. Der Sessenten hebt die Fahne abseits. Ganz knappes Ding. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Geht mit Einwurf weiter. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Der Rheingabe jetzt. Guter Kopfball, aber kein Tor. Der Ball geht haarscharf drüber. Da war viel Pech dabei. Pass kommt nicht an. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Arnold. Guter Vorstoß von den Wolves. Schön dazwischen gegangen. Risse. Guter Steilplatzier. Spielt den Ball. Fängt diesen Ball ab. Da erhobert er den Ball. Klasse Zuspiel. Er ist der letzte Mann und der Schiedsrichter könnte rot geben. Es gibt die rote Karte. Völlig vertretbar. Die einzige Option in dieser Situation. Klasse Freistoß. Den hat er super erwischt. Und der Ball geht ins Tor. Unnachahmlich dieser Freistoß. Was für eine Bogenlampe. Genau unter die Latte. Da sehen wir in der Wiederholung. Da kann es am Torwart nichts machen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Vorsichtig formuliert.